Ja, wie kommt man überhaupt auf so eine Plattform? Wie muss ich mir das vorstellen? Bezahlt man dafür? Die Frage habe ich mich auch gestellt. Ich dachte mir so, okay, es gibt ja ein paar Möglichkeiten. Erstens, die Initiative geht ja 100% von denen aus. Es werden ja die Worldstar jetzt auf 187 aufmerksam werden und sagen, ey, wir wollen euer nächstes Video bringen. Die wissen wahrscheinlich nicht, was hier abgeht. Deswegen, die Initiative geht ja von denen aus. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder, die gehen da hin und sagen, guck mal, wir wollen das, weil wir das feiern. Wir haben voll die Millionen Klicks auf allen unseren Videos. Das ist ein Showshot, ihr könnt das Video haben. Und Worldstar, aus welchem Grund auch immer, denkt sich, ja, okay, feiern wir. Oder man kauft sich das Ding halt ein, was halt bei Worldstar auch funktioniert. Ey, ich werde jetzt gar nicht drauf bekommen, hab das dann aber auch gehört, dass das angeblich vielleicht so gelaufen wäre. Aber vielleicht auch nur, weil es ja scheinbar tatsächlich geht und bei denen so funktioniert. Also es gab so eine Seite, so eine offizielle Seite, die kann man finden, Worldstar Hip-Hop Video Guide. Da kannst du halt sehen, wie die Preise sind und die sind da echt offen mit Alter. Was kostet das, wenn ich jetzt ein Musikvideo mache? Achte, es gibt halt verschiedene Abstufungen. Entweder du möchtest, also du hast ein Musikvideo auf YouTube auf deinem eigenen Channel und möchtest, dass sie das posten auf der Website. Kostet 750 Dollar. Kannst übrigens immer per Überweisung, Paypal und so weiter zahlen. Ist voll geil aufgelistet da. Bitcoin? Monero? Bitcoin noch nicht, glaube ich. Jetzt kommt es. Lustigerweise, du kannst dann bis zu 3000 Euro irgendwie im großen Banner und im großen Player auf der Website. Und eine Videoprimiere auf deren Channel kostet 8000 Dollar. Kein Paypal übrigens. Nur Überweisung. Wire Transfer. Und damit du dich später wieder zurückziehen kannst. Ich dachte ich mir auch, ja. Weil Rapper so richtig gefällig sind. Genau. Und du hast. Und du kannst. Ich decadiere. Ich